Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht, eine dritte von vier Folgen. Unsere Identität bleibt unverständlich. Zunächst eine Vorbemerkung, was erwarten wir eigentlich von unserer Identität? Eine Erwartung ist, wir entwickeln eine stabile und kohärente Identität, bei der unser Bild von uns selbst und das Bild, das andere von uns haben, übereinstimmen. Eine andere Erwartung ist, wir verstehen uns, wir wissen, wer wir sind, wir könnten jemand anderem erklären, wer wir sind. Und die dritte Erwartung, weil wir eine feste und transparente Identität ausbilden, finden wir den einen sinnvollen Platz im Leben, der zu uns passt. Hier können wir für uns selbst und für andere sinnvoll wirken. Jedoch, diese Erwartungen werden immer wieder enttäuscht. Stattdessen bleiben wir uns oft genug ein Rätsel. Im Grunde suchen wir ein Leben lang nach uns und entdecken immer wieder neue Aspekte. Schritt 1. Unsere Identität bleibt unverständlich. Wer sind wir? Was können wir der Welt geben? Wo finden wir jenen Platz, jenes Gefüge, jene Bedingungen, die uns in Fülle leben lassen, sinnvoll für uns selbst, sinnvoll für andere? Wieder gibt es auf diese Fragen keine Antworten, weder als wahre Aussagesätze, noch als größere Konstrukte oder Konzepte, die wir zunächst sicher wissen und danach lebend verwirklichen könnten. Noch nicht einmal im Nachhinein lassen sich solche Antworten formulieren. Unser Wesen, unser Sinn, unser Weg zu Fülle und Erfüllung, dafür finden wir keine Worte. Oder eher so, viel zu viele Worte finden wir und probieren sie immer wieder aus, legen uns alles zurecht. Doch stimmig scheint dies jeweils nur für kurze Zeit. Die Worte, die verstehenden Modelle, sie verlieren schließlich wieder ihren Wert. Ist eine Dekade vergangen, ist von unseren alten Konstrukten, von unseren Verstehensversuchen wenig übrig geblieben. Das fällt uns zum Beispiel auf, wenn wir in alten Tagebüchern lesen. Die Gesamtunverständlichkeit der Welt betrifft auch unsere Identität. Weshalb gibt es uns? Wer sind wir eigentlich? Es gibt keine Vogelperspektive auf uns selbst. Schritt 2 der Antwort, es gibt keine Vogelperspektive auf uns selbst. Doch lebend können wir nach uns suchen, indem wir uns lebend selbst hervorbringen. Wie kann die Suche nach uns selbst weitergehen? Wenn das Verstehen an ein Ende gekommen ist. Eine Suche, welche nicht in vermeintlichem Verstehen endet, sondern welche gewissermaßen in die eigene Unverständlichkeit lebend immer weiter ordringt. Das Vorbild für diese Praxis einer ganz anderen Suche kann uns das Vordringen von Künstlerinnen in ihre Kunst sein. In dasjenige, das sie unbedingt arbeitend hervorbringen müssen. Die Künstlerin Eva Hesse ist hier ein Beispiel. Ihre vielen und ausführlichen Tagebücher legen Zeugnis ab von ihren Selbstzweifeln, von ihrem schwierigen Weg als Flüchtling in den USA, als Jüdin, als Frau. Und von ihrer lebenslangen Suche nach ihrer eigenen Kunst. Daher hat die kunstgeschichtliche Forschung diese Aufzeichnungen, diese Tagebücher immer wieder in der Hoffnung verwendet, in Hesses Selbstreflexionen ihre Kunst zu verstehen. Doch in den Tagebüchern finden wir letztlich nur Selbstinterpretationen, nur Worte. Anne Middleton Wagners umfangreiche Untersuchungen und Interpretation der Kunst Hesses findet die entscheidende Kluft zwischen dem, was Hesse über sich selbst schreibt und konzeptualisiert, in mitunter auch klischeehaften Worten, zwischen dem und dem, was Hesse in ihrer künstlerischen Arbeit tatsächlich völlig neu und für sie selbst oft überraschend hervorbringt. Middleton schreibt, These are matters to which I take Hesse's journals, also die Tagebücher, to be largely irrelevant or at best tangential. Also das, was sie in der Kunst hervorbringt, das ist etwas, wozu die Tagebücher nur sehr peripher überhaupt etwas sagen können. Hesse sometimes wrote, interestingly, she almost always wrote with feeling and with purpose. But her best ideas are in her art. Her work leaves her words far behind. Also ihre Arbeiten, ihre künstlerischen Arbeiten gehen weit darüber hinaus, über das, was sie verstehend über sich in ihren Tagebüchern schreibt. Die künstlerische Forschung setzt gewissermaßen die eigene Existenz als Mittel ein, also die Forschung von Hesse. Hesses kreative Arbeit setzt ihre eigene Existenz als Mittel ein, und unablässig, arbeitend, mitunter ohne Hoffnung suchend, notgedrungen immer wieder völlig neue Türen öffnen. Die Suchbewegungen unseres Lebens lassen unsere Worte weit hinter sich. Schritt 3, Weisheit, heißt Offenheit für das Unverständliche. Unsere Identität gehört zur Gesamtunverständlichkeit der Welt. In Begriffen und Konzepten können wir uns stets nur unvollkommen verstehen. Mehr noch, oft versuchen wir uns selbst vor dem Hintergrund psychologischer, wissenschaftlicher, esoterischer etc. Erklärungsmodelle verständlich zu machen. Dabei besteht immer die Gefahr, das Unverständliche durch die Vokabulare dieser Modelle zu kolonisieren. Weisheit demgegenüber versucht, solches zu viel Verstehen zu vermeiden. Weisheit öffnet sich für das Unverständliche, nicht erklärend oder verstehend. Wir selbst bleiben unverständlich. Zwar können wir vieles an uns verstehen, beziehungsweise eine erklärende Geschichte dazu erzählen, doch in der Weisheit erfahren wir auch an uns selbst, der Kern des Verständlichen ist das Unverständliche. Jenseits des Verstehens geht es der Weisheit um eine Suche, welche nicht in vermeintlichem Verstehen endet, sondern welche gewissermaßen in die eigene Unverständlichkeit lebend immer weiter vordringt. Zur Take-home-Message. Nennen wir die Weisheit einfach Sophia, dann kann sie uns Ratschläge geben. Auch die Frage, wer bin ich, gehört zur Gesamtunverständlichkeit von allem. Versucht mal, dies nicht gleich als etwas Bedrohliches oder Trauriges zu sehen. Sagt zu eurem laufenden Wunsch, euch selbst zu verstehen, auch einmal Adieu. Weisheit wird eure üblichen Antworten auf die Frage, wer bin ich, immer wieder einklammern. Sie sind nicht falsch, doch dem Geheimnis, das ihr selbst seid, sind all diese Antworten nie ganz angemessen. Versucht immer wieder, die Vogelperspektive zu verlassen und ganz in eure Innenperspektive zu wechseln. Macht Erfahrungen. Sucht aber nicht nur mit dem Kopf, sondern handelnd und lebend. Versucht, euer eigenstes lebend hervorzubringen und dadurch sichtbar zu machen, ohne alles laufend in Worte zu fassen. Das ist wichtiger, als euch zu verstehen. Wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht? Ich habe euch versucht, das Thema Identität deutlich zu machen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Für die Stadt Office und Beziehung bis zur Extremadura